Gläser und Tassen sind weit mehr als Nutzgegenstände. Sie sind in Form und Farbe ein Erlebnis für alle Sinne. Zum Anfassen, zum Ansehen und natürlich nicht zuletzt, um daraus zu trinken. Das ist kein Zufall. Erfolgreiche Produkte aus Glas und Keramik entstehen durch eine gelungene Verbindung von Design, Technik und Handwerkskunst. Das Türener Unternehmen Mojava hat sich dem seit fast 60 Jahren verschrieben. Der weltweit tätige Partner vieler namhafter Kunden verfügt über großes Know-how, erfahrene Mitarbeiter und modernste Technik. Wir haben einen persönlichen Bezug zu jedem einzelnen Produkt. Die Kombination aus guten Designideen, Qualitätsprodukten und hochwertiger Veredelung lässt vielseitig einsetzbare Werbeträger entstehen, die ihren Zweck über Jahre immer wieder aufs Neue erfüllen. Form, Farbe und Dekor präsentieren Marken bestmöglich. Zigtausende Werbebotschafter verlassen unser Werk in bester Qualität und sorgen dafür, dass Menschen genießen, sich wohlfühlen und daran mit einem guten Gefühl zurückdenken. Wir entwickeln auch mit Ihnen ein Produkt, das sich sehen lassen kann und in Erinnerung bleibt. Sehen Sie selbst. Wir sind für Sie da. Mojava 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 Untertitelung des ZDF, 2020